Okay, neuer Unterschlupf. Kleiderschrank. Ich glaube, ich habe gerade ein neues Outfit gekriegt namens Elite. Ich muss mal... Ja, ja, genau. Ziehe ich vielleicht mal Elite an? Elite, 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 Elite. Ja, Elite. Ja, ich ziehe Elite an. Ah, ich weiß nicht. Irgendwie sieht er aus wie eine Wespe gerade. Na, egal. So. Sammlerstücke, naja, brauche ich gar nicht reingucken, da fehlen eh tausend Stück. Ja. Nicht gefunden, nicht gefunden, nicht gefunden, nicht gefunden. Ja, ich wundere mich auch gar nicht. Drachenkette. Diese verzierte Kette aus Jade stellt einen chinesischen Drachen im Flug dar. Ein mächtiges Symbol für Reichtum, Mut und Glück. Naja, naja. Ist das überhaupt? Mineral. Dieses wunderschöne Lazzolid-Kristall-Formation wurde in einer zerstörten Vitrine in der Bio-Kuppel gefunden, wo sie von Plünderern anscheinend jahrelang übersehen wurde. Hm. Na gut. Was ist das hier eigentlich? Ist es ein Ventilator oder eine Lampe? Hm. Ich weiß es nicht. Hm. Ich muss dir unbedingt etwas sagen. Ja, was? Bitte? Bitte? Hör ich. Wo ist Hendrix? Er schläft. Ich mache eine DNI-Diagnose bei Ihnen. Gott sei Dank schläft er. Kann ich dir vertrauen? Ja, logisch. Kann ich dir vertrauen? Ich werde dir die Wahrheit sagen. Als Taylors Team das Geheimprojekt entdeckte, wollten sie damit an die Öffentlichkeit gehen. Dieses Risiko konnte die CIA nicht eingehen. Sie wurden zurückbeordert, um sie zum Schweigen zu bringen. Taylor spricht noch mit uns, obwohl wir abgetaucht sind. Wie ist das möglich? Ich glaube, sein DNI wurde beschädigt. Darum konnten wir sein Team nicht ausfindig machen. Aber wir können den Doktor auch spüren. Hm. Ich würde ganz gerne noch den letzten Slot hier freischalten. Freischalten und ausrüsten. Hä? Ab Level 15 erst. Na gut. So. Schnelles Magazin. Schnelleres Nachladen. Ja, ne, ne. Nein, ganz toll. Ich hätte lieber das hier. Vollmannsbeschosse. Er ist ab Level 3. Oder Warte. Naja. Ach, er hat vor Ort Stufe 4. Na gut. So, ist ja auch nicht ganz so wichtig, ehrlich gesagt. Zusätzliche Primärgranate. Ja, warum nicht? Ja. Gut, lassen wir das erstmal so. Reicht. Könnte vielleicht doch mal ein Cyber-Kern freischalten. Ich weiß nicht. Eine, die ist ja bloß noch eine, ne? Mh, kakophonie. Ja, 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 ja. Okay, mache ich aber später. Außer muss ich glaube ich erst den freischalten. Gibt es hier noch einen anderen, den ich gebrauchen könnte? Aktiv-Tamor, ja. Ach, ich nehme den mal. Ja, 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 andererseits war doch gerade ein bisschen Quatsch mit dem Cyber-Kern. Ihr müsst sich ja eh hier vorher ausrüsten, oder? Ja. Nützt mir halt... Halt doch mal die Klappe. Nützt mir so auch nicht viel. Nützt mir halt auch nicht viel. Ich nehme es, ich versuche es, ich probiere es einfach mal aus. Mal gucken, was es bringt. Wie gesagt, so oft benutze ich die ja eh nicht. Hendrix. Seine Diagnose zeigt einige Unregelmäßigkeiten. Vielleicht nur ein Kalibrierungsproblem. Aber ich will es nicht ignorieren. Vor allem nach seinen letzten Ausbrüchen. Du weißt, wovon ich rede. Deshalb hast du ihm auch nichts vom Sender erzählt, den du Salim angesteckt hast. Wir planen gerade einen Angriff an der Seite der ägyptischen Armee. Wie sorgen wir dafür, dass sein Kopf klar bleibt? Ich kann die Medikation ferndosieren. Das sollte hinhauen. Aber er darf auf keinen Fall gefährden, dass wir Taylor erwischen. Dazu kommt es nicht, Cain. Dafür sorge ich. Naja, wir werden sehen. Tag 5. Protokoll Tango. Tanga. Der innere Dämon. Ägypten. Ägyptische Verbündete in Position. Sie haben das Gebäude umstellt. Erwarten grünes Licht. Scheiße. Cain. Das Signal vom Doktor ist weg. Was zur Hölle soll das heißen? Das heißt, er ist tot. Oder so gut wie. Khalil, halt deine Männer in Position. Wir sind im Landeanflug. Wir sichern die Botschaft. Wartet auf unser Zeichen. Dr. Robotnik. Festhalten. Manticore mit menschlichem Piloten. Dr. Robotnik, sag ich ja. Sieht wie Sarah Hall im Cockpit aus. Und dann nicht, Sarah Hall. Wissen wir, wo Taylor oder Maretti sind? Wo wollen sie hin? Negativ. Dann müssen wir an Hall vorbei. Wir dürfen Taylor nicht nochmal verlieren. Runter. Okay, was habe ich denn hier? Kampfkunst? Erweiterte Tarnung? Versuch mal das hier kurz. Aber ich glaube nicht, dass das bei dem Roboter funktioniert. Wo ist der Roboter? Ah, hier ist er. Zielerfassung nicht möglich. Naja, ganz toll. Naja, ganz toll. Ja, ja. Ganz toll, ganz toll. Oh, mit menschlichem Piloten. Sieht wie Sarah Hall im Cockpit. Wird aus. Hallo. Wissen wir, wo Taylor oder Maretti sind? Wo wollen sie hin? Negativ. Dann müssen wir an Hall vorbei. Wir dürfen Taylor nicht nochmal verlieren. Ich möchte gerne mal hier... Oh, ich möchte... Hallo. Das geht nicht. Das ist doch schon wieder total vermisst. Ich kann hier meine Waffen nicht tauschen. Wieso kann ich die Waffen nicht tauschen? Paul greift an. Ich kann hier nichts tauschen. Hier ist ein Paul. Achso, Sarah Paul. Ah, nein. Oh, scheiße. Jetzt haben wir doch selbst in den Luft gejagt. Oh, mit menschlichem Piloten. Sieht wie Sarah Hall im Cockpit aus. Der Beste zur Überstauung. Wir wollten den Kahn. Wissen wir, wo Taylor oder Maretti sind? Er wollte den Tarnum. Gefällt mir gerade ganz gut. Negativ. Dann müssen wir an Hall vorbei. Wir dürfen Taylor nicht nochmal verlieren. Na, daneben. Wir haben eine Granate. Eine Granate. Eine Granate, ja. Ich glaube, das ist ein bisschen unnütz. Ah. Paul greift an. Sprengstacheln, Vorsicht. Achtung. Paul auf erhöhter Position. Ist hier irgendwo eine Munitionsgäste? Haltet durch. Wo ist die? Hier oben, ne? Wie schnell die ist, ey. Aktiv Tarnum wäre gut. Was? Das Freude auf Kameraden. Was für eine Kameraden? Oh. Ja, schön. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, Sarah Hall. Wissen wir, wo Taylor oder Maretti sind? Wo wollen sie hin? Negativ. Dann müssen wir an Hall vorbei. Wir dürfen Taylor nicht nochmal verlieren. Oh. Oh. Oh, ich habe keinen Bock mehr. Hier echt. Halt die Fresse! Ach, wirklich? Was ist das denn hier schon wieder, ey? Oh, mit menschlichen Piloten! Sieht wie Sarah Hall im Cockpit aus. Vielleicht ist das aber auch Sarah Hall. Wissen wir, wo Taylor oder Maretti sind? Wo wollen sie hin? So komme ich hier nicht rein. Negativ. Dann müssen wir an Hall vorbei. Wir dürfen Taylor nicht nochmal verlieren. Okay. Mit menschlichen Piloten! Sieht wie Sarah Hall im Cockpit aus. Wissen wir, wo Taylor oder Maretti sind? Wo wollen sie hin? Ich hau hier ab. Negativ. Dann müssen wir an Hall vorbei. Wir dürfen Taylor nicht nochmal verlieren. Ja, kriegst du da auch schon mit. Achtung! Paul auf erhöhte Position! Ich brauche Munition! Ich kann schon wieder meinen Cyber Canyon hier nicht ändern. Ja, genau. Danke. Ja. Sprengstacheln! Vorsicht! Menti-Core Leistung bei 70%. Boah, wie viel hält denn dieses Drecksting aus, ey? Ja, was hier halt im Anflug ist. Boah, ist das ein beschissenes Scheißding, ey. Javelin-Rakete! Huch! Ach, hier, Munition. Glaub ich zumindest. Da kommen wir auch nicht rein, verdammt! Ah, schön! Ihre Schilde versagen gleich! Treffi- Uah! Schon wieder alle? Na, geil! Na, geil! Sie ist unsere einzige Spur zu Taylor! Hol sie runter! Boah! Ich mag nicht mehr! Ja, ich laufe, ich laufe! Ja! Wir brauchen eine Exaktion! Ja! Irgendwas muss uns eine Spur zu Taylor liefern! Oh, Gott sei Dank! Bitte nicht! So, gehen wir jetzt also vor? Töten unsere Leute, weil sie eine Verschwörung aufgedeckt haben? Du weißt nicht, was das auslöst! Ich weiß, und es tut mir leid. Langsam frag ich mich, bin ich überhaupt noch der Gute, oder bin ich schon der Böse? Na, ganz toll! Was ist... Was ist los? Das war auch meine Frage. Kane! Kane! Hendricks! Hendricks! Wie gesagt, langsam frag ich mich, bin ich überhaupt noch der Gute, oder bin ich schon der Böse? Hm. Mr. Krüfer, ich fürchte, Sie verkennen die Lage und verstehen nicht, was Sie in der Lage haben. Was ist das? Ein Tote. Ist das ein Baby? Das ist zwar kein Baby, nein, das war ein Erwachsener. Hallo? Ist da jemand? Ist da jemand? Ich verstehe, dass du seit jeemals bist. Ich sehe immer nicht, wie so ihre Sicht, ihre Heilige Schamte. Wenn wir die Entscheidung über die Zukunft des Projekts ändern, wollen. Das Corbus-Programm. Bitte. Hören Sie mir doch zu. Zum Informationsaustausch gehören Swiser. Wenn Sie die Überwachung durch Menschen streichen, lässt sich unser Einfluss nicht mehr kontrollieren. Wir stehen vor dem Weg in einer neuen Welt. Hall? Hall? Was hast du mir angetan? Ich wollte mich mit deinem DNI verbinden, aber etwas lief schief. Hörst du mich? Ist das das Baby von Krypton? Carl L? In seiner Kapsel? Nee, ne? Was zur... Das kann echt wahr sein. Kane! Kannst du mich hören? Siehst du das? Siehst du das? Sag doch was! Bitte! Bitte! Das geheime Projekt. Dieser Tag ist bevor der ganze Ort explodiert. Bevor 300.000 Menschen sterben. Dort wurde ich geboren. Ein kurzer Moment der Qual. Dann du Gleit. Wer spricht da? Hier hat alles angefangen. Das Gas. Ihre Experimente haben eine chemische Substanz freigesetzt. Ich erinnere mich, aber es ist fast wie ein Traum. Ein Traum von jemand anderem. Erzähl mir, woran du dich erinnerst. Die CIA schickte uns los zur Überprüfung eines Alarms unter der alten Coalescence-Anlage. Jemand hatte die Immortals wohl gewarnt. Check den Raum. Sicher. Verdammte menschliche Testsubjekte. Toll. Das verstößt gegen alle ethischen Grundsätze dieses Landes. Das brauche ich jetzt. Hall. Meldung. Auf zur Immortals-Jagd. Wir wussten, dass wir gerade über ein CIA-Programm stolperten, das jahrelang begraben war. Und dieses Programm führte höchstwahrscheinlich direkt zum Singapur-Desaster. Wir berichteten. Und wurden zur Geheimstation zurückgeordert. Okay, du weißt, wie's läuft. Sichere das Gebiet. Ich hole alle sensiblen Daten von Ihren Servern. Los. Taylor, alles klar? Ja. Ich hab ein paar Störungen in meiner Optik. Okay. Ich helf dir beim Kalibrieren. Ah! Sarah! Kannst du mich hören? Ich weiß, was das ist. Das ist das Daniel. Ich habe es in der Akademie studiert. In meiner Abschlussarbeit damals war es eines der größten Beispiele militärischer Töpferkeit. Einer dieser Kämpfe, der dir zeigt, woraus du gemacht bist und wer du bist. Ich hab davon geträumt. Magneto. Du hast den Kürzesten gezogen. 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 Willkommen mit Gastonje. Und jetzt bewegt dein Arsch an die Front. Und jetzt bewegt dein Arsch an die Front. Das muss eine Illusion sein. Das muss es sein. Das muss eine Illusion sein. Du hast den Kürzesten gezogen. Wir werden das zu Ende verbringen. Äh. Vorrücken, Jungs. Lasst mich nicht alleine. Wie leben die noch? Wo sind denn hier schon wieder alle? Ach, Mensch. Was ist denn heute los? Habe ich schon. Oder doch nicht? Hä? Naja. Geht doch. Huch. Verdammt. Das waren ja welche von mir. Hahahaha. Jetzt laufen die auch vor mir vor der Flinte. Verdammt. 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 so es ist hier echt schluss mit lustig habe echt die schnauze voll hier bist du gar noch wir sehen entsammelt objekt hörst du auf damit hörst du auf hörst du auf damit hörst du auf damit meine gute Wer schießt denn hier schon wieder Das gibt's doch gar nicht Lasst mich in Ruhe Er läuft einfach an mir vorbei Flinkt wie ein Wieselware Okay, jetzt geh ich mal hier hinten lang Weil an der anderen Stelle bin ich ja nur für oft genug gestorben Hey na, was machst du hier? Hallo Gehört der zu mir? Ne ne, doch ne? Ach der gehört zu mir Das ist manchmal nicht eindeutig Ich bin echt genervt Alter, das kann doch nicht wahr sein hier Oh, leck mich am Arsch, lauf ich hier weiter Meine Gute Ja, ja, bla 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 Weißt du das nicht? So viel Leid So viel Schmerz Es waren nicht nur die feindlichen Soldaten Ich weiß gar nicht, was ich hier gerade mache Aber, ähm, naja Ich lauf mal hinterher einfach Die Schreckenswölfe Zuerst fielen sie nur über Verwundete her Später jagten sie die Stadt Achte nur auf den Klau meiner Spüre Ah, ich wollte ja von Wölfen zerfleischen Ey, heute krieg ich mir alles schief und schief gehen kann hier Ich bin genervt Boah Wacht die Scheiße gleich aus, ey Was wollt ihr von mir, ey? Achte nur auf den Klau meiner Spüre Oh, ich stehe Oum 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 meine güte verpisst euch doch mal ihr scheiß fiche ae Na, na, na Klappe Gehen die mir auf den Sack Sarah Wer war diese Stimme? Hast du sie schon mal gehört? Deine Verbindung per DNI! Du wusstest, was sie mit mir machen würde Du lagst im Sterben, Sarah Ich hatte keine Wahl Im Sterben? Konzentrier dich Erinner dich Was ist in der Geheimstation passiert? Ähm, ja Naja, es kann ja was werden Mal sehen wie du auf dich abstürzt Oh, null mal Wie hätte das gedacht? Also ich jeweils nicht Auch mehr Oh, na Ich bin der Geheimstraße Und bei dir